Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin in Osnabrück in der City unterwegs. Ist heute ein bisschen tot, aber das liegt auch daran, dass wir Sonntag haben. Sonntag früh vor allem. Ich wurde ja zum Frühstück eingeladen von Ahoy Steffen Henssler von dem Restaurant. Der Küchenchef Danny hat mich eingeladen. Ich bin jetzt da auf dem Weg und bin sehr, sehr gespannt. Ihr wahrscheinlich auch, weil Burger haben die schon richtig gut gemacht. Das Ambiente hat mir auch gefallen. Und jetzt gucken wir mal, was die so Sachen Frühstück drauf haben. Alles wunderschön! Moin! Ich hab meine Brille nicht dabei, ich hab das nicht erkannt. Aber ich hab dich gehört. Darfst du gerne unten einen Bereich aussuchen? Sehr gut. Ich glaub, ich geh da an, wo ich letztes Mal war. Ja, klar, kannst du auch gerne machen. Alles fair. Ein Wunderschön. Wie geht's denn? Da hab ich dich auf der Kamera. Ich bin auch noch voll verklatscht im Kopf irgendwie. Gut, jetzt sitzen wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das schon die Frühstückskarte hier? Ahoy Pfannenfrühstück, Classic, Bauernstyle, Seemannstyle. Hacker, Peter, Beetgemüse, Strammer Steffen, Bergmeister. Ahoy Style. Okay, man kann unterschiedliche Frühstücksstile auswählen. Verstehe. Klassik, Pfannenomelett mit Kartoffeln. Wow, ey, krass. Zwiebelnfrischkäsekreme, kleiner Ahoy Salat. Kennt ihr es manchmal, wenn man so aufsteht oder irgendwie, du kannst nicht einschätzen, worauf du wirklich Bock hast, weil das alles so neutral ist. Ich kann nicht sagen, ich hab Bock auf einen Döner, obwohl, Döner geht irgendwie immer. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Man kann nicht so irgendwie einschätzen, worauf man wirklich Bock hat. Hört sich alles so cool an. Ich brauche einen Power. Heute gibt's noch einen Livestream. Heute ein langer Stream. Da zocke ich das neue Game, Skull and Bones. Und wir starten mit dem Elden Ring Run. Deswegen brauche ich Power. Falls ihr auf Gaming steht, könnt ihr gerne hier abchecken. Auf Twitch heißt ich genauso wie auf YouTube. Ganz auf entspannen. Seemanns-Style hört sich zum Beispiel gut an. Pfannenomelett mit Kartoffeln, Zwiebeln, Räucherlachs, Frischkäsekreme, kleiner Ahoy Salat. Aber ich mag halt dieses Fisch, nicht morgens. Lachs und so gibt es häufig, essen auch voll viele, aber ich bin überhaupt nicht der Typ. Ahoy-Style, offen belegt mit Spiegelei, Lachs-Tatar, Avocado, Frischkäsekreme, Trüffel-Ponzo-Soße, kleiner Ahoy-Salat. Wow. Wow. Also die Karte ist sehr interessant. Nicht viel, finde ich vollkommen okay. Das hat so seinen eigenen Stil. Die klatschen nicht, die sind ganz schön Standard rein. So, das hat so irgendwie so seinen eigenen Stil, finde ich. Moin. Ich habe einen Steinorange. Ja, danke. Und ich habe auch noch mal einen kleinen Ingwer-Shot mitgebracht. Ingwer-Shot? Ingwer-Shot, ja. Also ich stecke volle Überraschung. Erst Popcorn und jetzt Ingwer-Shot. Ist alles mit dabei. Und man muss ja auch was für die inneren, gesunden Werte tun. Apfel-Zitronensaft mit Ingwer, oh. Ist stark. Also, soll ich einfach exen? Ist egal wann? Hat bisher keiner geschafft den zu exen, vielleicht schaffst du es. Wie, hat keiner geschafft? Ingwer-Shot bekommen einfach. Ja. Und dann darf ich dir schon was Gutes bringen. Äh, ja. Kann ich dir auf jeden Fall etwas wie Lachs empfehlen. Oder auch einmal über Frühstück. Aber ich bin gar nicht so ein Fisch-Esser, auch gerade morgens nicht. Handvoll. Kann ich auch sonst die Frühstücks-Bowls empfehlen? Ja. Guck mal, zum Beispiel rote Grütze. Boah, voll schwierig. Mango auch. Aber ich bin ein Freund von Experimenten und von neuen Sachen ausprobiert. Und wenn du mir den empfehlst, dann würde ich den, dann nehme ich den. Ich bin offen für was Neues. Also, ist immer so spannend, weil die Kombination kenne ich gar nicht. Mango, rote Grütze mit dabei. Da haben wir nämlich auch alle richtig belastet. Ja, nehmen wir. Hört sich gut an. Dann machen wir das auch. Nice. Cool. Okay. Danke. Okay, ey. Das ist... Ich muss das jetzt trinken, weil für euch. Wirklich. Ihr wollt mich leidend sehen. Ingwer-Shot? Das hat keiner geschafft zu Echsen. Jetzt muss ich doch... Ah, er hat mich herausgefordert, Leute. 100% frisch gepresste Apfelstronensaft und Ingwer. Schön, dass du auf jeden Fall wieder da bist. Ich freue mich sehr. Du hast hier eine Bowl bestellt. Ja. Ist auch einer meiner Favoriten. Ich finde sie auch richtig lecker. Wir fangen an mit dem Franzbrötchen. Wir haben richtig geile Hamburger Franzbrötchen hier. Das erwärmen wir im Ofen. Ja. Dann haben wir hier so ein Joghurterzeugnis, so ein Müsli. Das kommt da rein in deine Bowl. Frische Mangos. Etwas von der roten Grütze. Dann haben wir ein bisschen Minze natürlich gleich. Die schlagen wir ein bisschen auf. Hast du mein Video angeguckt? Klar habe ich ein Video geguckt. Ich habe es ungefähr 1000 Leuten geschickt. Okay, nice. Sehr gut. Es ist so cool geworden. Richtig gut. Ich habe es richtig gefeiert. Es war richtig, richtig cool gewesen. Richtig geil. Sehr gut. Warst du auch geliked? Na klar habe ich geliked. Sehr schön. So muss das. 100%. War noch ein bisschen Müsli drauf. Das ist von Korni. So ein richtig geiles Müsli. Da kommen so ein paar Granatapfelkerne. Das Franzbrötchen. Das sind mundgerechte Stücke. Da kommt so eine Hälfte eines Franzbrötchen so an die Seite. Also was ist nochmal ein Franzbrötchen? Ein Franzbrötchen ist so eine Mischung aus einem Brötchen und einem Kuchen. Weil ich habe gerade die Füllung gesehen. Deswegen frage ich mich gerade. Mit Zucker und Zimt gefüllt. Sehr, sehr lecker. Also ich kann es dir echt empfehlen. Ist so ein Hamburg-Ding. Dann haben wir noch unser Säute-Den-Gewürz. Das ist so ein hauseigenes Gewürz. Oder Zimt-Zucker-Mischung mit Tonka-Bohne. Die kommt hier oben drauf so ein bisschen. Und dann ist deine Bowl auch schon ready. Einfach lecker und gesund sieht das aus. Mega gut, oder? Untypisch für mich. Sonst war nur Döner oder Burger. Ja, ich habe deine Videos gesehen und dachte mir so, krass nur Döner. Ja, bringe ich dir zum Tisch, oder? Alles klar, perfekt. Ja, besten Dank für das Leckerhaus. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir guten Appetit. Wenn du gleich noch ein bisschen Hunger hast. Ich habe ja noch so eine Hälfte Franzbrötchen herliegen. Ich würde dir das geben mit dem Mandarinenquark. Boah. Wollen wir mal machen? Okay, ich versuche, ich esse den jetzt mal. Aber... Ja, gut. Bring ihn mal ruhig. Ich bringe das. Du musst den Mandarinenquark probieren. Sehr, sehr lecker und gesund aus, muss ich sagen. Ja? Voll untypisch für Umudi. Was war da? Umudi sonst immer mit Burger, Burger, Döner unterwegs. Aber das sieht gesund aus. Und Bowl? Bowls? Ich muss sagen, wenn ich immer die Entscheidung habe, Bowls essen, Döner oder sonst was. Also wenn man essen gehen will, worauf ich hinaus will. Dann sage ich nicht, ey Jungs, lass uns mal Bowls essen gehen. Wisst ihr, was ich meine? Aber das... Das riecht doch sehr frisch. Ich kann euch nochmal sagen, was ich habe jetzt hier. Also Deluxe Style. Guten Morgen Bowls ist das. Und der Deluxe Style. Omas Bircher Müsli. Ahoi Franzbrötchen. Rote Grütze. Mango. Nuss Müsli Crunch. Granatapfelkerne. Säute... Ich kann dieses Ausländisch nicht. Säute Dern Gewürze. Äh, wow. Danke. Möchtest du schafft das? Ja klar, immer. Eines Mal habe ich noch diesen Shot hier. Mega. Soll ich den Dings, äh, also Echsen? Ja, sollte man. Also ich bin gegen Ingwer allergisch, ich vertrag es nicht. Aber es soll wohl lecker sein, aber sehr scharf. Okay. Ich will ihn vielleicht zum Schluss essen, damit es nicht so den Geschmack übertrifft. Ja, ja. Alles klar, lass es schmecken. Besten Dank. Ich hab gesehen, du warst in der NOZ gewesen, ne? Äh, ja. Dann bei mir. Voll gut. Ist cool. Das sieht richtig nice aus. Und vor allem so frisch und gesund. Okay, jetzt genug gefilmt. Jetzt werden wir essen. Ähm, ich kann das ja zwischendurch mal einblenden, das Essen. Aber ich hab's jetzt auch euch gezeigt. So, wir haben gesehen, wie Danny das zubereitet hat. Jetzt wieder mal mit Liebe. Okay, ich fang einfach mal an. Erstmal Franzbrötchen. Erstmal Franzbrötchen. Frisch aus dem Kombidämpfer. Oh, oh, oh. Der Franz. Drinnen schön ein bisschen matschig, außen schön kross. Ich brauch so einen Kombidämpfer zu Hause. Ich sag's euch. Das Fleisch war schon heftig von dem Burger. Ich glaube auch, das ist meine erste Bowl, das ich in einem Restaurant bestelle. Natürlich so vom Edeka oder so hat man solche Bowls mal geholt. Die so fertig abgepackt waren. Aber das ist in einem Restaurant. eine Bowl essen, dann noch so ein Frühstücksbowl. Die machen Moody Specialip Alman Style. Mango, bisschen Müsli, Granatapfel. Ich sag' euch ganz ehrlich, ich bin eigentlich kein Fan von rote Grütze. Mango zwischendurch, ja, geht mal. Aber wenn so viele Sachen auf dem Teller sind, die man eigentlich nicht so mag oder oft ist, muss man sich erstmal da rein empfinden. Und ich finde aber, und ich will mich nicht selber loben oder so nennen, dass ich das esse. Gerade bei einer Empfehlung, da bin ich immer sehr, sehr offen und wirklich auch offen für was Neues. Ich sag' jetzt nicht, bäh, eklig oder so rote Grütze, sondern ich lass' es auf mich zukommen. Ich lass' los sozusagen und ich probier' das einfach. Aber, weil was ich jetzt persönlich so interessant finde, es ist nicht nur einfach rote Grütze, sondern ich finde es spannend, mit was das alles kombiniert wird. Mit dem Mango, mit Müsli, mit dem Quark und, ähm, jetzt hab' ich den Namen vergessen. Wie heißt denn dieses Brötchen? Franzbrötchen! Ne? Das Interessante für mich ist dabei, wenn ich so neue Sachen probiere oder Sachen, die mir nicht gefallen, wie schmeckt das denn in der Kombination mit den anderen Komponenten? Und ich finde, es schmeckt frisch, es schmeckt gut für mich und ich fühl' mich irgendwie fit, so, weiß ich nicht. Ich mach' doch zum Beispiel als Kind keine Zwiebeln oder Knoblauch. Jetzt, wenn ich koche, ist eigentlich überall Zwiebeln oder Knoblauch mit drin. Kann ja auch sein, dass es auch mit den anderen Sachen so wird, ne? Dass man irgendwann plötzlich rote Grütze mag oder sonst was. Ey, wir sind so voll, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich von so einem Quark und rote Grütze und Müsli so voll werde. Jetzt auch noch mit so einem Franzbrötchen. So, Mama, ich hab' auch gegessen. Darf' jetzt spielen gegen. Ein guter Schaden in den Tag, wirklich. Das war super. Super lecker, mal was anderes. Ich hab' wieder was Neues für mich persönlich probiert. Ich würd' sonst niemals irgendwo, wenn ich irgendwo hingehe, ne Bowl bestellen. Mit rote Grütze, Mango, Müsli und so weiter. Aber, ich weiß jetzt, wie das schmeckt. Und das ist, finde ich das Interessante. Die Erfahrung nimmt man mit. Man muss sich ja nicht nur auf Döner und Burger einschränken. Sondern seinen Horizont erweitern, Leute. Ganz wichtig. Weiser Spruch von Omori. Warum man seinen Horizont erweitern? Ich schneid' das jetzt raus, was ich sage. Ja. Ich bin eigentlich gar kein Fan von rote Grütze und so. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Aber ich bin ein Fan davon, neue Sachen auszuprobieren. Vor allem mit dieser Kombination. Mhm. Und das fand ich gut. Ich hab's ja auch aufgegessen. Weil's jetzt nicht so schlimm ist. Aber ich würde, was ich damit sagen will, ist, ich würde niemals, wenn ich irgendwo hingehe, so rote Grütze kaufen, dann für mich selber so zu Hause machen. Weißt du? Ich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich find's immer interessant, wenn Leute so Mühe gehen und so viel Liebe reinstecken und das auch empfehlen, dann, das finde ich immer neugierig. Und deswegen esse ich das auch. Ja. Ich war positiv überrascht mich seitdem. Das ist geil. Es hat schön ne frische Bier. Und das ist nicht so wie immer, wenn ich so standmäßig irgendwo frühstücken will, Rührei, äh, was weiß ich, Speck und alles so deftige Sachen gestellt. Sondern das gibt mehr so ne frische so. Ja. Ich fühl mich einfach besser jetzt. Ich hab ja am Anfang gesagt, ich fühl mich Matsch in der Birne. Jetzt fühlt sich chilliger. Geil. Wie war das Franzbrötchen? Sehr lecker. Mega, ne? Sehr lecker. Ja, richtig geil. Ja, cool. Also, was ihr hier habt, ist schon sehr nice. Ähm, ich hab immer noch das Gefühl, dass es so ein bisschen unterm Radar läuft. Finde ich so für mein Empfinden. Ja, definitiv. Weil man hört viel zu wenig dafür, dass der Laden schon länger hier ist. Darauf wartet ihr auf die ganze Zeit, oder? Auf diesen Ingwer-Shirt. Ginger-Vulcano. 100% frisch gepresster Apfel-Zitronensaft mit Ingwer. Ihr Kleinhosen-Scheizer, darauf wartet ihr. Wie der Omudi hier wieder leidet und eventuell kotzt, ne? Komm. Ich zieh das jetzt durch. Ich zieh das jetzt durch. Ah, na, kurz runterkommen. Ok. Jetzt mal die Show beiseite lassen, ne? Es brennt schon am Anfang sehr stark im Hals. finde ich gut, ich bin jetzt wach